Moin Leute, was geht ab und dann jetzt zu kommen zu einer weiteren Folge von meiner FIFA 2.20 Grow to Glory. Heute, ihr seht schon wieder ganz oben, ja, da sind ja Points drauf. Ich weiß, wir sind noch zu Beginn ganz kurz, wie eigentlich fast jeden Donnerstag, auf dem zweiten Account, wo ich ja auch immer meine WL-Challenges mache, da sind ja die Points noch von der Ultimate Edition damals, das kennt ihr ja mittlerweile. Und auch hier habe ich wieder Rivals Rewards. Ansonsten ist es ja immer ein bisschen wenig, weil man kriegt ja mittlerweile einfach nur noch ein einziges Pack, so wirklich, und unseren Elite-Pick. Deswegen öffne ich hier ja auch noch mit euch kurz die Rivals Rewards. Wir haben hier sogar mittlerweile 1,7 Millionen, also gar nicht mal so wenig. Und ich habe auf jeden Fall jetzt schon eine Karte von über 200k gezogen. Das werde ich euch auf jeden Fall gleich auch nochmal zeigen, wenn wir dann rübergegangen sind auf den RTG. Denn das war nämlich gestern im Stream, das war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ansonsten, geplant ist auf jeden Fall, dass ich hier das Hero-Pick auch noch abschließe für die WL-Challenge. Dazu muss ich aber natürlich noch einige Karten abgeben. Deswegen, ich habe mich in Liga 2 reingespielt und ich dachte mir so, ey, wie geil sind denn hier bitteschön die Rewards. Ich kriege 250k-Packs, untauschbar, untauschbar, seltenes Elektrom-Spielerpack und nochmal 5000 Münzen. Die fand ich extrem gut, gefühlt sogar fast schon besser, zumindest untauschbar gesehen, als jetzt irgendwie in der ersten Division oder so. Ich weiß nicht, ich meine klar, da kriegst du dann vielleicht ein 100k-Pack, aber 250k-Pack sind jetzt eigentlich nicht so viel schlechter. Dazu noch das andere, die sind auch safe, 83+. Auch das ist nochmal ganz nice und ja, die ganze Info-Packs, wie gesagt, sparen wir. Deswegen würde ich sagen, wir starten rein mit dem Tauschbaren, ganz fix. Schauen wir mal, ob wir da noch ein bisschen Glück haben. Beim letzten Mal hatten wir sogar eine, was war denn beim letzten Mal nochmal für eine Probe? Eine Team-of-the-Group-Stage-Karte, glaube ich, sogar drin. Team-of-the-Knockout, ich weiß es schon gar nicht mehr. Es ist schon wieder anderthalb, zwei Wochen her, keine Ahnung. Hier ziehen wir auf jeden Fall einen Yatta, der kommt mir bekannt vor, einen Mikitarin, einen Everton, Stangio und einen Labiat. Das war jetzt nicht ganz so gut, aber wichtig sind auf jeden Fall hier. Es wäre ganz nett, wenn wir da ein bisschen SBC-Futter kriegen könnten. Dann spare ich einfach ein paar Coins, deswegen habe ich ja die Untauschbaren genommen. Und wir ziehen einen Walkout, Italien, linker Flügel ins Senior. Guck mal, ist doch wunderbar, kostet eh nicht viel. Ja, kann ich direkt dann dafür benutzen. Genauso habe ich mir das gedacht. Das ist dahinter noch ein Magnon und ein Harvard. Finde ich schon ein gutes 50-K-Back generell. 84er waren halt auch noch zwei drin. Kamavinga und Kubo hauen wir weg. Und dann ziehen wir noch eben das Letzte und dann gehen wir natürlich rüber. Denn das Main-Video soll natürlich heute auf dem RTG sein. Ganz, ganz klar, das seid ihr ja von mir gewohnt. Abfahrt, letztes 50-K-Back. Komm, nochmal ein bisschen SBC-Futter. Naja, Kroate Kramaric. Das war jetzt nicht ganz gut. Vielleicht eine In-Form noch dahinter. Das kann, glaube ich, gar nicht. Kann, glaube ich, gar nicht. La Croix aber immerhin. Aber naja, wäre der jetzt tauschbar gewesen. Ihr seht es ja selber. Deswegen habe ich schon angefangen, die Untauschbaren zu machen. Alles klar, das war auf jeden Fall nichts. Ich würde mal sagen, wir gehen mal kurz rüber auf den RTG. Okay, so, ich habe es ja gerade schon angesprochen. Wir hatten schon einen guten Pull. Daher sind auch schon ein paar Coins. Zu viel will ich noch nicht verraten. Seht einfach mal selber. Das kam nämlich raus nach einem Foot-Draftsieg gestern im Stream. Ich gebe mal eine Icon. Rafa! Moin, moin! Guter Spieler, guter Mann! Guter Mann! Wie toll ist der denn? Guter Mann! Jawohl! Der kostet ja nur noch 200.000. Ist ja gar nichts. Aber ist ein sehr, sehr guter Spieler. Das ist ein sehr, sehr guter Spieler. Herzlich willkommen, Raphael. Das gefällt mir. Und ein Inform. Das gefällt mir noch mehr. Also, Raphael ist am Start. Sehr, sehr gut. Ich habe mich jetzt gar nicht so ultra krass gefreut. Aber im Nachhinein war das auf jeden Fall schon extrem praktisch. Nochmal weitere 200k. Ansonsten, den Diop habe ich wieder verkauft. Ich habe dann doch versucht noch... Vielen Dank jetzt mal für die ganzen Einsendungen gestern, die mir mit meinem Team helfen wollten. Ich habe den Varan schon für 200k verkauft. Ansonsten gab es ja auch eine SPC mit den Rule Breakers. Ihr seht, ich habe davon ja auch ein paar geholt gehabt. Leider habe ich den Zeitpunkt verpasst, die zu verkaufen. Denn die sind zumindest kurzzeitig hochgegangen. Ja, aber ich werde die einfach jetzt noch ein bisschen weiter halten. Da passiert, glaube ich, jetzt nicht so viel. Ansonsten, das Team, ich zeige euch das nochmal ganz kurz, sieht jetzt gerade zumindest so aus. Wird sich wahrscheinlich aber sowieso nochmal verändern. Ich habe jetzt, wie gesagt, zumindest nochmal versucht, den Diop zu verkaufen und den Koulibaly reinzuhauen und auch Rafinha, weil das eigentlich mit unseren besten Karten sind. Ich habe lange überlegt, ihr könnt mir das gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Gibt es Leute von euch, die mittlerweile die untauschbaren Rewards nehmen? Also das wären in meinem Fall diese hier, weil halt kaum mehr was wert ist. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich es machen soll. Auf dem anderen habe ich ja gerade auch die Untersparen genommen. Ansonsten, das wäre halt auch noch eine Variante. Das ist so ein Mixding. Aber das, das, das finde ich eigentlich komplett dumm, weil man macht aus einem tauschbaren 50k-Pack keine 27.000 Münzen, die einem hier halt fehlen. Also ich kriege halt 35k. Ich finde das eigentlich gar nicht, gar nicht so doof, weil mittlerweile machen wir auch die ein oder andere SPC. Okay, ob wir nicht auf Dauer auch mal die hier nehmen. Auf der anderen Seite, ja, wenn man halt mal einen guten Spieler zieht, das sind halt jetzt 20k Unterschied, ist jetzt auch nicht so viel. Deswegen nehme ich noch weiterhin das, solange eine Promo drin ist. Nächste Woche ist, glaube ich, wieder keine Promo drin. Ich glaube, nächste Woche sparen wir dann, denke ich mal, das Pack oder so. Wir kriegen natürlich auch den In-Form-Pick. Ich habe gar nicht das Team of the Week gezeigt, aber da ist auf jeden Fall ein Vinicius und so drin. Das könnte jetzt sowieso schwierig werden. Der Elite-Pick ist ja immer aus allen Team of the Weeks. Das heißt, ja, das wird sowieso zu 99,999% kein Vinicius werden. Es könnte aber theoretisch sogar auch der Dreieinachse sein. Der Vinicius kostet gerade 640.000, Marquinhos 325. Also vielleicht kriegen wir einen aus den Neuen. Wir schauen einfach mal. Auf geht's, kurz und schmerzlos. 3, 2, 1, Abfahrt. Und komm, gib mir diesmal mal einen guten. Endombeli. Ich sag mal so, das ist, so doof das klingt, glaube ich, nach Zakaria, ich glaube jetzt in der fünften Woche, der mit Abstand Beste, den Spieler kennt man zumindest mal. Wir hatten teilweise Karten, die hatten wir nicht mal wirklich gekannt. Endombeli war im fünften Team of the Week. Das heißt, es war auch relativ easy, den in Rot zu kriegen. Auch da achte ich ja manchmal so ein bisschen drauf, wenn die vielleicht aus dem ersten oder zweiten Team of the Week waren, ist es immer ein bisschen interessanter, den vielleicht zu nehmen, weil man den halt nur durch die Elite-Division bekommt. Son habe ich ja jetzt sowieso nicht mehr. Er hat 71 Ausdauer. Das ist halt sehr, 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 sehr schlecht leider. Ja, kostet 25k. Ich denke mal, es ist okay. Wir haben unser Luck. Weiß ich nicht, ob ich ihn mal benutzen werde. Maybe, weil ich brauche ja sowieso einen Link zu Nkunku immer und gehe dann gerne in die Premier League. Mal schauen. Müssen wir mal gucken. Aber mit der Ausdauer, ich kann ihn aber natürlich auch planen, um mal auszuwechseln. Ich mache den ZM sowieso meistens raus für den Vidal oder so. Muss ich da mal schauen. Aber vielleicht könnte der noch ganz praktisch sein. Sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Und dann kommen wir natürlich zum Abschluss heute, zum 100k-Back. Schauen einfach mal, ob wir vielleicht ein bisschen Glück haben. Nach dem Varan erwarte ich jetzt aber auch nicht mehr so viel. Vielleicht ja eine Rule Breaker-Karte und wir ziehen in Form. Deutschland, ZM, Arnold. Preisieren wäre natürlich besser gewesen. Arnold kostet immerhin 12k. Aber, ja, naja. Immerhin schon mal einen 10k-Plus-Spieler. Was ist denn noch dahinter? Schauen wir mal. Ein Courtois und ein Sancho und ein Fabinho. Okay. Duplikate. Nichts mehr. Einen Wirz haben wir noch mit dabei. Einen Sané. Also, ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Pack. Das sind 30k mit Sancho. Ich mache mal 50. Das müssten dann ungefähr 60 sind. Genau. Das sind 70k plus hier die 84er. 75k. Und dann noch die ganzen Karten. Das ist wirklich ein sehr, 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 sehr geiles 100k-Back. Also, auch damit mache ich fast wieder 100.000 Münzen. Das ist extrem nice. Also, da hat auf jeden Fall unser EA-Account heute wieder ein bisschen was dagelassen. Auch wenn es nicht der absolute Kracher war. Aber halt vier Walkouts, wenn man es so sieht, ist auf jeden Fall mega, mega gut. Ich hoffe, euer Pick sah ähnlich aus. Das war es erstmal von mir. Ich packe die Jungs natürlich alle auf die Liste. Die speichere ich, weil die eh nichts wert sind. Und dann sehen wir uns morgen natürlich wieder zu ordentlich. Weekly auch für euch wieder als Erinnerung. Geplant ist auf jeden Fall, dass ich morgen vielleicht etwas später online gehe. Und die WL auf jeden Fall vielleicht rund um 19 Uhr dann zu Ende habe. Zur neuen Promo. Das neue Rulewecker-Team soll wohl angeblich sehr geil werden. Dazu hat dann, wie gesagt, wahrscheinlich morgen nochmal in der Folge mehr, wenn ich auch meinen Tag morgen vernünftig geplant habe. Das war es auf jeden Fall von mir. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht heute. Macht's gut, Leute. Haut rein. Und ciao. Ciao.